Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. In dem Video zeige ich euch meine Weekend League Rewards. Ich habe leider nur 10-10 geholt, da ich das letzte Spiel im Elfmeterschießen verloren habe. Und ja, wir kriegen 2 Player Picks, einer von 4, 51k Pack, 100k Pack, 1 Team of the Week Pack und 25k. Ich denke mal, dann starten wir direkt rein mit den Player Picks, den machen wir mal ganz klassisch mit der Nose. Komm, Gön, bitte, 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 bitte. Tyram, ja, ist okay, nehme ich mit. Dann den nächsten machen wir an R3 und auch mit der Nose. Und 3, 2, 1, go. R3, wartet, wir gehen auf das erste Spiel. Der erste Spieler ist der Tor, diese David Zurea. Okay, der nächste Spieler, Adamu, nicht so nice. Mal, ah, Crap, Crap, ah, schon wieder dran. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Torwart. Passt. Okay, dann jetzt haben wir auch noch die Packs. Ich hoffe, vielleicht ziehen wir einen Rule Breaker oder vielleicht einen Hero oder so. Ich denke mal, die, ich hoffe, die gönnen jetzt. Dann gehen wir rein, so. Dann starten wir mit einem 50k Pack rein. Komm, Gön, bitte, 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 bitte. Rule Breaker, Rule Breaker. Nein, dieser Estopinam. Ja, okay, das ist nicht so nice, Jungs. Aber, also, es geht. Welches ist noch da? Was dahinter? Komm. Uh, nices Pack. Goretzka noch dahinter. Okay, das ist nice mit Goretzka. Hm, wie viel kostet der? Joa, nehme ich mit. 60k. Puh, ist schon mal, schon mal gut. Sphärliste. Schieben wir das ab. Passt. Den Rest stoßen wir ab. So, dann machen wir das 30k Pack. Also, wir stehen auf Riedpack auf. Vielleicht gönnt das. Komm, vielleicht so ein Joe Gomez oder Neymar. Komm. Oh, nicht mal ein Walkout. Brasilien. ZDM. Luis Gustavo. Also, na, ist nicht nice. Ja, dahinter kann auch wieder nichts sein. Also, crap, ja, 30k. Die tue ich aber erst mal auf Transferliste, weil vielleicht steigen die noch oder brauche ich hier vielleicht für SBCs oder so. Und jetzt kommen wir noch zu dem 100k Pack. Komm, letzte Chance. Jetzt noch mal um was richtig Geiles. Vielleicht Hero oder Icon oder irgendwie sowas. Komm, gönnen. Na, Walkout. Ja, Lukaku. 86. Dahinter kann, glaube ich, ja, dahinter kann auch nichts mehr sein. Außer vielleicht ein Dembélé oder so. Aber hätte ja eh, würde wenn du Coins bringen. Das ist ja tradable. Und, uh, zwei Informs. Nice. Und auch nochmal 20k auf jeden Fall. Und, ja, sonst, glaube ich, ja, nichts dahinter. Aber trotzdem mit Goretzka bin ich eigentlich ganz zufrieden. Da können wir abstoßen. Rest nehmen wir mit in den Verein. Aber hier die beiden Informs können wir auf Transferliste tun. Und dann Lukaku auch noch. Rest stoßen wir ab. Passt. Und, ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Und, ja, das war's mit dem Video.